Lalalalalala, 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 it's fucking Halloween, it's fucking Halloween night, it's fucking Halloween night, it's fucking Halloween night, bam, 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 it's fucking Halloween, and I'm playing Castlevania with headaches, heart headaches, aber es macht mir nichts aus. Ja, also hier kommt Schmerzen, aber ich spiel trotzdem jetzt, weil es ist fucking Halloween. Wenn ihr das hier seht, ist es nicht mehr Halloween, aber naja, egal. Wir kommen zurück zu Let's Play Castlevania, ouch, 1, mit Medusa-Herz, blub, und blub, was soll das blub, warum sagst du nicht fucking Skeleton, ach, ey komm, ich hasse Medusas und ich hasse das ganze Spiel nicht, das Spiel ist schön, das Spiel ist toll, wo ist mein Timestop, ach ja, den krieg ich hier oben. So, ähm, ich hoffe, ich komme diesmal ein bisschen weiter, ich muss einfach nur langsam durch das ganze durchgehen. Döp, 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 so. What the hell. Was, ach nö, nicht jetzt kein Viren-Up, döp, ja, natürlich musste das genau jetzt kommen, genau jetzt, wo ich aufnehme, kommt ein Viren-Update. Leute, ich freue mich so total, und deswegen, Leute, geht's gleich weiter, nachdem ich die Aufnahme restarted habe, bis gleich. Habe ich es nicht gesagt, Update, wegen Viren-Zeugs. Naja, oh fuck, ich muss meine Uhr weiterstellen. So, jetzt läuft die Stopper wieder, und es geht weiter mit Castlevania. Bam, 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 oh, haha, ich mach dich platt. Mit dem Sign, mit dem, mit dem Sign, genau, mit dem Timestopper funktioniert das hier ganz gut. Aber, gibt's in diesen drei Sections wirklich, Sections, wirklich nirgendwo einen Porkchop? Würde mich jedenfalls sehr wundern. Wir haben übrigens fucking Halloween, was ich noch nicht erwähnt habe, und who cares about Score? Kein Mensch. Mein D-Pad funktioniert heute nicht gerade, aber das will ich so, äh, richtig reagieren. Na, das war richtig gut jetzt. Komm her, bam, du bist dead as shit. Warum manche gehen... Was? Ey! Na... Das Spiel ist so fucking gemeint zu mir. Es ist wirklich, es ist das... Nee, das Spiel, ne? Kotzt mich jetzt gerade so dermaßen... Verdammt nochmal an! Was soll das? Mit diesen... Ja, und die Projektil... Warum treffe ich sie nicht? Mann! Da könnte ich doch gleich sterben gehen, echt. Mann! Es kotzt mich an, das Spiel... Ja, das Spiel kotzt mich an. Tut mir leid zu sagen, aber es kotzt mich wirklich an. Es ist beschissen programmiert, die Steuerung ist kacke, es ist... Das Spiel ist scheiße. Ja, jetzt offiziell. Mein Gott. Ganz offiziell erkläre ich jetzt das Spiel für scheiße. Und ja, mit... Oh, ja. Ja, und Normalstatue und... Ja, es ist... Ist gut, ich glaub's dir ja. Ja. Richtig. Oh. So, jetzt komm ich zum Boss. Ich hab einen Lebenspunkt. Wie soll ich das jetzt schaffen? Ich krieg ja nicht mal irgendwo einen Porkchop her oder so. Nirgends. Nirgendwo. Ich krieg mal hier einen Porkchop her. Also, wie soll ich das schaffen, dem Boss? Wie? Lups. Nein. Lups. Nein. Hier gibt's nirgendwo einen Porkchop. Der Boss ist unschaffbar. Das ist jetzt meine Meinung. Ah. Stirb doch mal. Wie soll man das schaffen, bitte? Leute, könnt ihr mir irgendwie erklären, wie ich das schaffen soll? Mir ist es jedenfalls anscheinend nicht vergönnt, das Spiel zu schaffen. Oder diese Section, dieses Level, wie auch immer. Nein, Vogel, du greifst mich nicht an. Kannst du... Knick. Mann, jeder Gegner macht drei Schaden. Und das schon in der dritten Section. Es ist die dritte verdammte Section. Und ja, Simon, komm. Du weißt... Hallo, Simon, du kannst doch... Ach, komm. Was soll doch... Ja, Rage Toast ist back, Leute. Ich sollte das am besten gar nicht hochladen. Weil jeder wieder ankommt und sagt... Bäh, Rage Toast mag ich nicht. Und wird langsam langweilig. Äh, Face mit... Bäh, bist du scheiße. Und, äh, ne, langsam mag ich dich nicht mehr. Und, bäh, who cares about Demo? Ey. Und ich hab Kopfschmerzen. Das ist natürlich auch super, ne? Da hat man auch Kopfschmerzen. Und dann werden die Kopfschmerzen auch noch schlimmer, ja? Ich kann jetzt hier nicht auf Safe State landen, weil dann wird jeder sagen... Äh, ne. Weil du wärst eigentlich ja tot, ne? Und lagst es... Ja, es lagst. Ach, nein. Nein, ich habe... Äh, Mann. So. Ja, toll. Ich möchte bitte sterben. Ja. Gut, das war Rage Toast. Heute mal wieder. Und, ja, ich mein, wieder jeder... Jeder kompliziert darüber. Und Rage Toast nervt langsam. Echt? Und keiner macht Rage Toast und bla. Und... Warum Rage Toast überhaupt? Das ist ein bescheuerter Name. Weil der klingt so negativ. Er macht meine ganze Person so negativ. Als wäre ich so ein Typ, der sich über alles und mögliches beschwert und aufregt. Alles. Über alles sich aufregt. Ja? So klingt das. Warum Rage Toast? Werden den Spruch erfunden? Wahrscheinlich ich. Ja, natürlich. Was ist Spruch? Den Namen. Ich reg mich einfach... Mein Gott. Auf. Ja, toll. Und ich... Ich komme einfach nicht darüber hinweg, dass jeder Gegner drei Schaden macht. Was haben die sich dabei gedacht, als ich dieses Piece of Shit programmiert habe? Echt? Mann. Echt? Kann das sein, dass Sidespixel kaputt sind? Ja, sind sie. Super.